Hallihallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge ARKTIV Folterkammer. Mit dabei sind die üblichen Verdächtigen von YouTube Germany. Also John DeLorean, Geiserichs, Onkel, Darth Vader, Nero Durr, Neronator, Sarton Gaming, Dynamo und Onkel nochmal. Der kacken Nero ist auch der Darm. So, ja, letztens überstehen geblieben bei Zeit. Ist denn die Nummer 24.600... Ich weiß nicht, 26.000. Nein. Ist die länger als vierstellig? Allein das Wort als Zeit ist falsch und nein, das ist nicht länger als vierstellig. Achso, okay, also es geht dann doch mal. Achso doch, A bis I. Na, warum? Das kann ja auch, ähm, das kann ja auch drei Buchstaben haben, aber ein, ähm, ne? AIDA. AIDA? Was? AIDA. AIDA. Obwohl... Ja, aber das verbraucht ja auch irgendwas. Ja, stimmt. Wenn das eher, irgendwas sowas, Wolken, Luft oder so ein Shit. Was gibt es denn? Es macht Traum. Regen. Wind. Äh, Kälte oder sowas. Äh, irgendwie so ein Shit. Müsste das sein. Es sind nicht mehr als vier Zahlen. Es können ja aber, es können ja aber drei, es können ja aber drei Buchstaben sein. Richtig. Weil es gibt, äh, äh, zwei Buchstaben von A bis I und einer, der weiter hinten ist. Oh man, alter. Ähm, ist es Deutsch oder Englisch? Deutsch. Deutsch? Scheiße, das würde ich sagen eher. Ja, das habe ich auch schon die Idee gehabt, aber ich denke mal Nero, ne. Hahaha. Nein, ich in Englisch nein. Okay, wir müssen vielleicht noch drüber nachdenken. Nero hat das Rätsel gemacht. Das heißt? Ja. Hahaha. Hahaha. Jetzt schrauben wir mal das Video runter. Ist das Dada? Hahaha. 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 Das ist auch nicht Kaka oder Dada. Dann könnte es also auch sein, dass es verzählt wurde bei der Antwort. Nein. Jetzt haben wir ein Problem. Hahaha. Ah. Die Frage ist dann nach einer Person wegen dem Wer. Es geht ja nicht um ein was. Hä? Wenn du das sagst. Wer reist ständig kostlos um die Welt? Ähm. Ich habe die Idee. Habt ihr eine Idee, liebe Zuschauer? Hahaha. Schreibt sie in die Kommentare, genau. Schreibt sie in die Kommentare, genau. Schreibt sie in die Kommentare, genau. Schreibt sie in die Kommentare, bis ihr das Video rausgebracht habt. Ähm. Am besten gestern. Ähm. Soll ich einen Tipp geben oder komm ich da drauf? Nein. Ähm. Ähm. Mond? Ja. Aber ist das ein Bär? Ja. Der Mond. Ein Fluglinienbesitzer. Und das soll... What the fuck? Kreativ. Hey. Kreativ. Ein... Ein Chat. Haha. Ne. Geht auch nicht. Ja. Ist ständig kostenlos um die Welt. Ey. Eigentlich wir oder nicht? Ohne Scheiß. Weil wir stehen noch auf dem Planet und der Planet dreht sich. Aber kannst du kostenlos um die Welt reichen? Ich hätte gerne was wenn ich für 500. Ähm. Schnee. Oh ne. Ah. Zu viel Buchstaben. Wäre ja ständig kostenlos um die Welt. Und guck mal alles was in der Luft steht reißt doch auch um uns weil die Erde sich dreht oder nicht? Na. Aber nicht um uns. Veteriner mit allem. Wahrscheinlich kostenlos um die Welt. Da fällt mir eigentlich nur die Luft ein. Ganz ehrlich. Der Stern. Der Nagel. Voll bist du. Ja ähm. Vollständig. Du willst den Schal hören oder? 1,3,3 und die ist 4 ständig. Mhm. 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 Okay versuchen das mal mit der Hammer Methode. 1,2,3,4. Mhm. Mhm. Das war kein Nein. Stimmt ich hab kein Nein gehört. Nee. Aber es sind noch keine Tore aufgegangen also. Mhm. Ja das wäre ja dann abz.. abz.. Ich sag immer so. Die richt.. Die richtige Wort wurde schon mal erwähnt. Mond. Moment. Das ist doch schön.. Das ist doch schön.. Und dieses Wort muss dann umgewandelt werden in eine Zahl. Nee. Wir geht nicht. Und das hat.. Das hat.. Das hat.. Das hat.. Das hat.. Das ist.. Und wer noch länger. Obwohl das.. Nein. Wäre es nicht. Nee doch. Wäre es. Wäre es. Nee. Nee. Ich war gerade überlegen ob man das O halt einfach in eine Null austauschen kann. Aber ist egal. Ähm. Ja. Noxi. Wir tauschen alle.. Wir tauschen alle Osma gegen dich. Ja. Nicht mal und scheiß. Ist das eine direkte Übersetzung? Also A ist 1, B ist 2 und so weiter. Oder geht das Richtung Lean? Also das ist eine 7. Boah ey Noxi. Ich glaube so kompliziert wird hier nicht gedacht oder? Sind wir im den normalen oder im binären? Ja echt. Sind wir noch in dieser Welt? Oder sind wir jetzt auf der Erde 2 auf dem Planeten? Äh.. Uralus mit äh.. 001. Ich gebe mal einen kleinen Tipp. Es gab mal eine Zeit vor Smartphones. Und es gab auch mal äh.. Sag mal Menschen, die es halt nicht direkt ausdrücken wollten. Brief. Ein Brief. Nee. Geht ja gar nicht. Post. Nee nee. Post. Das Wort wurde schon gesagt. Schon mehrmals. Das richtige Wort. Ein Binärcode. Kalter. Es gab jetzt halt Vorhandys. Binärcode. Was? Es gab es halt Vorhandys. Ähm.. Postbote. Hofnahr. Das Wort. Das hat jetzt.. Hause kurz. Nein. Ne Taube. Sag ich euch. Das Wort ist der Mond. Sag ich doch. Ja. Und dieses Wort müsst ihr jetzt umwandeln in eine Zahl.. Und wenn das jetzt keine.. Ah.. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich hab ne Idee. Ich bin rausgeflogen vom Server. Ok. Bis gleich. Was? Warte mal. Folgendes. Äh.. Ähm.. Janik. Du musst die Antwort dem Nero sagen. Gello. Ja.. Ich bin noch.. Ich bin noch gerade am.. Auseinanderziehen. Achso. Ok. So.. Was gibt's denn da auseinanderzuziehen? Was macht ihr denn hier? Alter haut lieber höher Levels an Dinos rein anstatt so einen scheiß Aufgaben zu bringen. Das dauert ja länger einfach scheiß.. Mein Gott Alter. Mond. Sorry Onkel, aber die Dinos sind dieselben wie beim letzten Mal und äh.. 2-8-1-9 Fiel zu.. Fiel zu stark. Nero? Moon. 2-8-1-9 Nein. 4-1-4-4 Nein. Warte mal. 4-3-2-1 Nein. Dann. Ich glaub bei Charakterstückdach.. Bei Charakterstückdach als natürlichen Todes. Oh, Smartphones hab ich gesagt. Dann ist auch dieses T9 oder so. Blatt bestimmt. Ich hab's doch hier liegen. Sekunde. Was hat denn das mit Mond zu tun? Gewiefter Mann. Gewiefter Mann. Achso dann ist es 6-6. 6-6. Und 3. 3. Richtig. Hä? Ja du sagst die ganze Zeit vor Handys du Lackappe. Nein. Vor Smartphones hab ich gesagt. Mann. Hä? EEEC? Einfach durchgehen? Ne Quatsch. Jaja. Also was war denn jetzt das Lötungswort? 6. Und? Tja. Und die Zahl ist 6-6-6-3. Ja aber warum denn nun? Komm mir nicht durch. Und warum? Ganz einfach. Auf dem Telefon habt ihr ja die Zahlen. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 6, 9. Ach alles klar. Und auch diese Zahlen sind Buchstaben. Ich muss sagen. Ganz ehrlich. Sehr gewiegt. Der war gut. Der war gut. Ja. Aber ich finde ihn zu kompliziert irgendwie. Für mich jedenfalls. Das war auch alles vor deiner Zeit. Ja. Jetzt machen wir wenigstens Ding auch mal anja, dass wir weiter können. 6-6-6-6-3. Ja. Ich habe immer Immobilität in der Touren gehabt. Willkommen beim Finale. Also wir gehen da erstmal ganz entsprechend. Gehst du mit durch und ich quetzle mit oder wollen wir es machen? Ja genau. Machen wir es so. Enter the gate to Veronica. Ja. WTF? Ich bin durchgeflogen. Man könnte es sich ja erstmal angucken. Niemals. Okay. Warte mal. Es steht hier. Finde die 6 Zahlen. Oh ey. Hör auf mit den Zahlen. Komm. Ja. Ich geh raus. Also wir haben es jetzt. Wie spät haben wir es jetzt? Oder sollen wir hier noch Zahlenrätsel machen? Das ist ja Wahnsinn. Finde die 6. Zahl in Folge. Die letzten 4 Zahlen ergeben den Code. Scheiße. Ja. Scheiße. Boah ich nehme ich mal zurück. Hahaha. Hahaha. Du kleine fauler Ratte. Was? Ähm. Keine Totenstille. Ähm. Ähm. Wieso geht die auf? Böse, böse. Nix da. Ey. Ich hab das Rätsel gelöst. Ehrlich? Na klar. Null, 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 null. Dann geht die Tür auf. Ernst du? Gar nichts eingeben. Gar nichts eingeben. Nein. Quatsch. Weil die hat gar keinen Sinn. Ich weiß. Deswegen. Das war ja der Trick. Das war ja die Verarsche an dem Rätsel. Scheiße ernst. Das war ja die Verarsche an dem Rätsel. Halt die Fresse jetzt. Das war ja die Verarsche an dem Rätsel. Alle Rätsel jetzt nach der Zahlen. Da gibt's gar keine Zahlen. Ey. Jetzt mal ganz ehrlich. Ich hab hier eigentlich mal runter geguckt. Jo. Kann es irgendwie sein, dass direkt über uns die Decke ist? Ja. In etwa. Also vielleicht zwei Wände über mir oder so. Wer ist denn gut im Kopf rechnen? Wieso? Der könnte das hier mal lösen. Was muss man denn rechnen? So. Finde die sechste Zahl. Eins. Ja. Sechs. Zweiundvierzig. Tausendachthundertsechs. Ja. Fragezeichen. Ja. Das sind zwei. Das sind sieben. Das wurde dann Wahl. Ähm. Ist das eine bestimmte Fibonacci-Folge? Ähm. Was ist das? Die Lösungszahl ist fünfstellig. Also die letzte. Und wir müssen dann die letzten vier davon eingeben. Wie Fragezeichen. Da gibt's kein Eingeben. Wir müssen es ihm sagen und dann... Genau. Ja, wir jetzt... Ich sorge schon mal für Vorfreude. Kann sich einer mal die Zahl 340 merken? Oh Gott. Guckt mal rein. 43 wäre jetzt geil, da. Oh Gott. Die Antwort ist Spinne. Spinne. Die Antwort ist Spinne. Oh mein Gott. Ey. Bitte. Achso. Eins mal zwei. Entschuldigung. Das sind zwei mal drei. Wer gibt das? Alter, eins habt's? Ah, das sind drei. Ähm. Die letzten vier Zahlen willst du hören? Die letzten vier Zahlen. Drei, vier, vier, zwei? Jo. Hä? Warum? Ja, ich würd's gar nicht wissen. Der Yannick ist einfach zu gut ohne... Unschwer aufgefallen ist. Ähm. Passt mal auf. Da. Du nimmst... Ich war bestimmt weg. Du nimmst immer die... Die Zahl vor dir. Ähm. Mit der nächsten höheren Mal. Also zwei mal drei sind sechs. Sechs mal sieben sind 42. 42 mal 43 sind 1806. 1806 mal 1807 sind das, was ich eben gesagt hab. Die letzten vier Zahlen. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Wie kommt's jetzt zu sieben? Weil... Du hast die Xsum, Xsum ist die Zahl, wo du vor dir dran steht. Plus... Ach, ihr habt doch alle ne Macke. Komm, mach die Tür jetzt auf, ja. Mein Quetzel. Ach, das... Ich hab's kapiert. Der, äh, wird gerade, äh, ja. Ich glaub das grad nicht. Okay, äh, hat jeder einen Fallbärm? Ja, ja. Ihr müsst springen. Wie nett. Ja, ich werd still. Ja, aber lass's gehen. Falscher mal hier oben. Meine Zwischenfrage, wie kommen wir denn wieder zurück, wenn wir gestorben sind? Ja. Äh, da kommt ein Stargate, äh, in die Mitte der Arena. Muss ich im Flug erst den Zeitpunkt... Ach, das heißt, ach so, okay. Also ich brauch bloß... Ich brauch bloß einen Falscher. Oh Gott, oh, ich blütspring. Nein. Hab ich doch gesagt, die Antwort ist Spinne. Hab ich doch gesagt, Doxi. Hör doch zu. Da ist ein Brutmutter. Hab ich doch gesagt, Doxi. Hör doch zu. Ja, äh, mach so ganz nebenbei. Was ist das hier eigentlich unter uns? Ist das, äh, Vulkan oder was? Das ist eine spezielle, äh, Insel. Das ist eine Mod. Äh, ich hab jetzt irgendwie den Schirm nicht geöffnet, aber, äh, hab überlebt. Oh Gott, ich bin fast tot. Ich auch. Oh scheiße, die Brutmutter ist ja auf dem Weg. Ich dachte, die Scheiße, die öffnet von alleine. Da fall ich schon. Alter, wieso ist das hier? Nein, 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 nein. Ihr müsst, äh, ne, 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 die Tasse drücken. Oh, keine Ahnung. Ich bin einfach runtergefallen jetzt. Und jetzt doch, was ist das für eine Karte? Ist das eine spezielle, äh, Bosskarte oder was? Nein, das ist eine, ne, ne, eine Insel, ne Mod. Ich schieße schon mal von hier aus. Jojo. Was für ein Level hat die? Kann das einer sehen? Genug. Am Rand stehen Kisten, ne? Ach so, genau, genau. Am Rand stehen Lootkisten. Oh, okay. Und zu euch bevor? Die Spinne hat Level 120. Genau. Warum nicht mehr? Ich krieg noch eine zweite. Ich krieg noch eine zweite. Ich krieg noch eine zweite. Ich krieg noch die ganze Zeit. Ich krieg noch die ganze Zeit. Ich krieg noch mal ruckzuck nieder. Die hatte 4.000. Oh, ist das laut. Oh, Gott. Oh, Gott. Scheiße. So, ja, die Musik. Die Musik muss man vielleicht ein bisschen leiser stellen. Ich hör nix mehr. Ja, macht ihr eigentlich irgendwas? Weil ich geht anbauen auf mich los, das scheiß Vieh. Ja, ich... Tut mir leid, Leute. Äh, falls ihr gerade Gehörsturz habt. Ähm, ich hab mal auch. Ja, das macht's besser. Ihhh, die kackt ja spinnen. Wie auf soll ich den alten noch um den Kopf schießen? Häufig. So, jetzt hab ich gar keine Granaten. Komm schon. Ja, warte ich mal, ich krammer. In der ganzen Arena außen rum sind Kisten, ne? Nur für so 10 Pfund. Ja, die bestimmt alle nah sind. Äh, wir brauchen eigentlich mal epische Musik. Hat er einer mal. Ich mach gegen den Uhrzeit. Nein, wir brauchen jetzt keine epische Musik. Weil die dann bestimmt wieder mit irgendwelchen Treffern ist. Deh, 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 deh. So. So, mein lieben Damen und Herren, hier haben wir den Kampfdiep. Broodmutter gegen die 6 aufmüpfigen Helden. Oh, da ist ja gar nichts drin. Ja, was ist groß Nero? Ja, und du wolltest doch unbedingt der Kommentator sein. Na, dann machen wir mal einen Kommentator. Ja, dann kommentier doch mal. Verrecht alle! Verrecht alle! Komm, verrecht doch eigentlich mal! Super Kommentator! Super Kommentator! Super Kommentator! Danke, 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 danke! Und so unparteiisch! Komm, Alter! Masse! Cleo, Masse! Sag mal, seid ihr hier schon die ganze Zeit kräftig? Ihr sammelt hier schon die Kisten und ich renn immer, ich renn hier irgendjemanden hinterher. Ja, was soll ich jetzt sagen, mein Sniper ist kaputt? Dann ist das Schwachsinn schon wieder. Weil alles leer ist. Was ist, mein Sniper kaputt ist? Ich geh weg! Du hast doch was hinter dir, ne? Ja, ich weiß. Oh Gott! Könnt ihr auch mal angreifen? Ich hab hier grad so ein bisschen... Was ich euch nicht mehr? Ich bin taub. Ich hab mich komplett mit der Munition verschossen. Komm mal schneller! Komm wieder! Alter, ich hör meine eigene Gedanken nicht mehr, so laut ist das. Ingame muss ich leiser machen. Alter, ich hab die auf aus! Offiziell. Ey, ist hier irgendwo noch Pfeile drin, ich hab nichts mehr. Ich muss hier weg. Ich muss hier weg. Ich komm schon. Die Zeit ist rum, zweite Welle. Was? Was? Kommst du noch ins zweite Brutmatter? Okay. Ich muss mal... Ich bitte um Munitionsnachschub. Shotgun Shells hier drin. Scheiße, Kinders, wo seid ihr? Alter. Ich bin immer der erst. Warum geht die Quetzel... Denn die Brutmatter immer auf die Quetzel, ey. Die Brutmatter. Die Brutmatter. Nein, nein, nicht, 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 nicht. Ich hol mir den. Ich bin doch schon da. Alles klar. Ich will doch nur kuscheln. Na. Aber... Ihr zieht die immer so. Out rein, Jungs, ich bin tot. Ich muss hier weg, ich muss hier weg. Ich hab nur keine Todesanzeige gelesen. Ich... Ich... Ich darf nicht näher gehen, sonst platzt mein Hirn. Ihr kommt doch nicht zu. Ne, Johnny lebt noch. Nichts tot, schade. Tschüss. Aber jetzt. Er liegt. Ist er nur betäubt, ist er wirklich tot. Ich bin betäubt. Oh, Alter, da hinten ist direkt die nächste. Ich muss Munition wechseln. Jo, leck mich doch an. Jo, mach doch noch lauter. Mach doch einfach mal die... Mach dir einfach mal leiser. Ingame Musik ausmachen. Ich hab die aus... Ich glaube nicht. Doch. Ja, deswegen ist noch Musik. Weil die aus ist. Genau. Ich hab's auch ausgemacht. Weil da war eigentlich nicht irgendwie Unterstützung durch ein Tier? Oh, Scheiß muss auf Sech drücken. Ja, wo ist denn das eigentlich? Ja. Ja. Du bist der Galimimus. Jan? Ja? Wo ist der Galimimus? Wo ist der Galimimus? Jan? Hä? Wo ist der Galimimus? Oh! Oh mein Gott, oh! Der weißt jetzt. Was war das? Das war der zweite Bootmater auf dem Halsjahr. Super. Was? Ich glaub die alte Dampf schon am Heck. Das sind die Granaten. Oh, Scheiße. Oh, 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 oh. War recht denn wieder hoch? Nämmer als. 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 Oder hier. Nämmer als. Nämmer als. Oder hier. Da unten. Ja. Wie kommt auf mich zu? Hilfe, Leute. Ja, nicht nur du. Hilfe. Ich hab doch nicht zu verstanden. Ach, holst du den hier erobertes? Ja. Alter, mein Torbruch steckt immer mehr. Okay, ich werde sterben. Hau dir nicht zu mir. Sterbe, 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 sterbe. Lock dich im Maul an. Mach doch mal weg, doch mal weg. Ich versuch hier gerade den Dynamo. Dankeschön. Ach du Scheiße. Okay. Ach du. Oh Gott. Ey, die haut dir einmal eine rein und dann ist Feierabend. Meine halbe Ausrüstung ist im Arsch. Ja. Hast du Stimberries bei? Ja. Nicht mehr. Ey, scheiße, ist da noch eine? Ja, ich hab... 15. Nimmst du sie auf dich? Ich versuch hier immer noch den Dynamo aus dem Gefahrenbereich zu ziehen. Ja gut, das ziehste, Mann. Äh, kann vielleicht... Da zieht einer die ganze... Da zieht einer die ganze Zeit ne Leiche durch den Dreck. Ja, ihr läuft alle weg. Ach du Scheiße. Klar, lauf mal weg. Ich schieß doch schon. Natürlich lauf mal weg, Mann. Das sieht so gut aus. Das sieht so gut aus. Weißt du, ich hab ein Schwert, 17 Rauchgranaten, ne Quentin und neun Fallschirme. Was soll ich denn hier machen, ey? Du hast doch ein Schwert. Alter. Ich bin voll verrascht, ey. Kann das schriech mal einer wegziehen? Warte, ich komm, 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 ich komm. Eine Frage, wie weißt du diesen Grünen aus? Nein. Äh, ich lauf einfach weg. Das war schon. Jetzt kackt die wieder hier, die Spinnen hin. Ich bekomme immer noch Taub vor. Okay, dann drück mal rein. Was denn? Ich kann hier gar nichts machen. Das ist doch mein Ruhm. Ich wüsste gar nicht, wo ihr seid. Ich krieg dich auch nicht wach. Alter. Ich hab keine gesehen. Ich hab gerade, dass eine Stimme wäre gerade verdorben ist in meinem Inventar. Ich bekomme Anzeige. Ich weiß nicht, wo ihr seid, das ist das Problem. Ich wüsste nicht, wo ich bin. Ach, da oben. Ja, genau da. Oh, Mann. Äh. Oh, hallo. Ja, wer bist du denn? Das finde ich gut. Achso, ich geh mich auch noch mal hinterher. Auwa. Auwa. Tschüss. Tschüss. Ja, das ist nice. Na, tschüss. Aua. Okay. Eure Unterstützung ist auf dem Weg. Tut mir leid, dass ich's verschwitzt hab. So, jetzt gibt's aufs Maul. Jetzt gibt's aufs Maul. Kann das sein, dass sie mich nicht totkriegen? Lustig! Lustig! Oh, doch, jetzt kommt die Große. Lustig! Wie? Jetzt kommt die Große. Ja, ich muss sagen, ist sehr lustig. Oh, wir sind ja schon wieder überraschend. Über die Zeit. So ne Scheiße hier. Ja, stimmt. Wie es weitergeht in diesem Verstand, dass sie... Ja, natürlich. Da kannst du mich mal am Arsch lecken, jetzt. Hahaha. So, das hier... Mach der Scheiß doch selbst. Die sind ja... Ey. Die sind doch voll im Match. Äh. Oh Gott, ich will das. Ganz kurz. Wer war gerade mit mir an der einen Kiste? Weil ich hab den Raketenwerfer rausgenommen und irgend so ein Affe hat sich die Munition rausgenommen. Na 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 na... Alter ist das ein Scheißerze, ey. Wieso ich hab doch nicht selber reingeguckt, ob da was zu lösen ist. Na 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 na, das war ich. Mein Gott, woraus singe ich denn? Hast du einen Raketenwerfer? Ja, ich hab auch. Lalalalalala... Ok, dann geht´s ja. Warum hab ich jetzt einen leeren Raketenwerfer. Nein, ich sehe ich nicht. Wieso habt ihr die beiden Stimmen zusammengeloppt? Tschüß, meine Freunde. Er geht ja alles aus. Sarschen hat jemanden durchgebracht. ich muss hier weg mein gott wo ist die luftpaket oder das ist denn hier jemand natürlich damit luftpaket ich kann das mit einfach mal in die mitte braucht doch kein luftpaket ich kann doch gut atmen mann nein der onkel dass jemand muss nachdenken da lieber so er hat erzeit darauf doch noch mit ich bin auf dem weg direkt vor uns jetzt ich bin ich werde sterben das passt bei den kisten bis man wieder aufgefüllt werden so ich werde gerade getötet von hr es ist doch die wahl die alle tun scheiße leben alle legt mich doch am Arsch die sind ja beide noch am liebsten los sein nein ich meine es ist nicht die kleinen Prozent ja genau ist echt ist echt nicht sicherlich angerutzt genau wo bist du denn ich nehm dich mal meine 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 ich bin doch die Spülte wieder abkommen ich bin ja ganz allein ein weiterer Zustand so alle sind nämlich alle am Arscher ist kein Geld der nicht weitergeht die spät und macht für ein Schöne zu zu